Das war das, was du meintest mit den Felsen? Ja, an der Seite macht man sich irgendwas kaputt. Wie sollen wir eigentlich nicht immer die Trucks so beladen? Anhänger werden völlig überbewertet. Na gut, dann kannst du einen mehr nehmen. So hätte ich auch zwei Stahlträger mitbringen können. Oh, ich bin vollgetankt. Ist da eine Tanke gefroren? Äh, ich bin jetzt gerade der Ellbogen durch die Frontscheibe geflogen. Was? Ich bin gerade hier in den Zorn gefahren. Er hat nichts kaputt gemacht. Dabei hat er ja gestoppt. Und dabei ist von meinem Fahrrad der Ellbogen nach vorne geknickt. Weil er gerade irgendwie das Lenkrad umgreifen wollte. Aber es sah, als wenn der unsichtbare Memory-Point vom Lenkrad weiterfahren würde. Du hast also den Arm gebrochen. Quasi. Du hast auch einen Trenken. Du hast auch einen Trenken. Du hast auch einen Trenken. chan.